Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Auf jeden Fall, denke ich. Ja, mit dem Ergebnis auf jeden Fall. Vor allem muss ich trotzdem unseren zweiten Block da rausheben, weil er funktioniert zurzeit grandios. Und das sieht man dann noch am Feld, dass wir einfach eingespielte Aktionen, dass die souverän aufgehen und dass wir dadurch dann die Tage machen. Und ja, ein Derby-Sieg ist immer was Schönes, glaube ich. Nicht nur im Fußball oder Futsal, egal wo. Das heutige Derby ist leider nach Klagenfurt gegangen. 2 zu 9 haben wir verloren. Kurzes Statement zum Allgemeinen, zum Spiel. Ja, also wir haben sehr stark begonnen. Wir hatten am Anfang gleich einen Lattenschuss und einen Stangenschuss beim Stand von 0 zu 0. Also die Druckphase am Anfang war wirklich ausgezeichnet. Also die Klagenfurt haben ihre Konter perfekt gefahren. Und zur Pause verdient in Führung, allerdings nicht in der Höhe. Sich taktisch verbessern, weil offensiv hat man gesehen, sie haben gute Chancen gehabt, gute Aktionen gehabt. Vielleicht auch ein, zwei Tore hätten sie mehr machen können.